Palmsonntag. Ein Anfang, aber auch ein Ende. Meine lieben YouTubler, wisst ihr den Ursprung und die Bedeutung des Palmsonntags? Ich erzähle es euch. Am letzten Sonntag vor Ostern beginnt die Karwoche. Man nennt sie auch die Stille Woche. An diesem Tag gedenkt man dem Einzug von Jesus, dem König der Juden in die Stadt Jerusalem. Und dies ist gleichzeitig auch der Beginn seines Leidensweges. Was geschah an diesem Palmsonntag? Nach dem Neuen Testament wird berichtet, dass Jesus vor dem jüdischen Paschafest vom Ölberg auf einer Eselin in Jerusalem einritt. Für die Bevölkerung war er der Messias. Und sie jubelten ihm zu und bereiteten ihre Kleider, Palm- und Ölbaumzweige auf der Straße vor ihm aus. Dabei riefen sie, Hosianna, dem Sohn Davids. Gesegnet sei der, der da kommt, in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Später verlangten die gleichen Menschen, von Pontius Pilatus Jesus als Verräter zu kreuzigen. Auf diese Begebenheit bezieht sich der heutige Palmsonntag, der untrennbar mit der darauffolgenden Passionswoche beginnt. Diese hat für den christlichen Glauben eine zentrale Bedeutung. Sie erinnert an den Tod und der Auferstehung Jesus Christus. So wird der Palmsonntag die Passion Jesu, das Leiden und Sterben verkündet. Da in Deutschland keine echten Palmen wachsen, verwendet man am Palmsonntag stattdessen Buchsbaumzweige, Weidenkätzchen oder auch Wacholderzweige. Diese Zweige werden dann in der Kirche geweiht und nach dem Gottesdienst von den Christen als segensbringende Zeichen mit nach Hause genommen. Das ist der Anfang und das Ende vom Leiden Jesus Christus. Ich wünsche euch eine gesegnete Karwoche. Amen. Herzlichst, eure Derya.